Wie versprochen, Menschen zurück. Heute sind wir in der letzten Kirche, am letzten Instrument unserer kleinen Reihe, unsere Instrumente. Hier in Neuhausen erschien eine Orde der Firma Liffert aus Luzern. Die Firma gibt es nicht mehr, aber die Orde spielt für euch und für mich. Sie ist 1983 gebaut worden und erfreut sich des Spiels darauf. Um die Orde vorzustellen, werde ich euch heute zweimal eine Folie erstellen. Die Folie ist ein Renaissance-Tanz. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass ein musikalisches Thema immer wieder kommt und das in verschiedensten Variazonen. Und das werde ich einmal im Rauchstil tun und dann im Spiel der Romantik. Und das Schöne, weil es immer in der Form ist, man kann die Räume nicht selbst darstellen, aber die ganzen vielen Farben zeigen kann. Und dann werde ich noch weiter im Verlauf des Videos das Netz auflösen und sagen, wer gewonnen hat. Und für diese Person werde ich dann noch ein Stück spielen. und für diese Person werde ich dann noch etwas mehr erfüllen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020